einen privaten Gegenstand von der Steuer absetzen, die private Urlaubsreise steuermindernd als Betriebsausgabe buchen oder als Angestellter mit dem Arbeitgeber zusammen die private Urlaubsreise steueroptimiert gestalten? Geht das wirklich? Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert. Mein Name ist Stefan Mücke. Was kann man denn steuerrechtlich als Betriebsausgaben geltend machen und damit den steuerlichen Gewinn, die steuerliche Bemessungsgrundlage und letztlich die Steuerbeträge mindern? Nun, es gibt keinen festen Katalog über Betriebsausgaben. Betriebsausgaben, das sind Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Während der Fernseher im privaten Wohnzimmer nicht durch den Betrieb veranlasst ist und daher auch nicht als Betriebsausgaben geltend gemacht werden kann, so kann ein anderer Steuerpflichtigen den gleichen Fernseher als Betriebsausgaben absetzen, weil er diesen für die Präsentation in der eigenen Firma verwendet. Oder während die private Küche nicht als Betriebsausgabe absetzbar ist, so ist die gleiche Küche, die im Betrieb, in der Praxis oder in die Kanzlei eingebaut wurde, selbstverständlich absetzbar. Es kommt also immer auf die Veranlassung der Aufwendungen an und die Story, die hinter diesem Aufwand steht. Wenn wir diese Grundsätze auf unsere Aufwendungen für die private Urlaubsreise übertragen, so müssen wir doch quittieren und anerkennen, dass diese Aufwendungen nicht primär durch den Betrieb veranlasst sind. Wie komme ich aber trotzdem zur Behauptung, dass die Aufwendungen steuerlich absetzbar sind? Wenn Sie Gesellschafter-Geschäftsführer Ihrer eigenen GmbH sind, dann kann doch die GmbH Ihnen als Geschäftsführer, Ihnen als Angestellter der GmbH, den Urlaub ganz einfach spendieren. Wenn Ihre Geschäftsführerbezüge inklusive dem Aufwand für den Urlaub insgesamt nicht unangemessen sind, wir sprechen da von der Gesamtausstattung für den Geschäftsführer, dann kann die GmbH die Aufwendungen tragen und schon haben wir den Betriebsausgabenabzug der Urlaubsaufwendung als Personalkosten erreicht. Das ist Teil 1 der Wahrheit. Teil 2 der Wahrheit ist, dass Sie den geldwerten Vorteil aus der Urlaubsreise versteuern müssen. Und genau da setzen wir mit unserem Steuertrick an. Ihre GmbH gewährt Ihnen den Urlaub. Damit liegt kein Barlohn, sondern es liegt ein Sachbezug vor. Und dieser Sachbezug, den können wir mit 30% pauschal besteuern und muss dann von dem Arbeitnehmer, von Ihnen als Geschäftsführer, nicht mehr individuell besteuert werden. Und das Lustige daran ist, dass diese 30%ige Pauschalsteuer selbst wieder als Betriebsausgabe absetzbar ist. Machen wir eine Beispielrechnung hierzu. Wenn Ihr Urlaub 5000 Euro kostet und Sie eine Grenzsteuerbelastung von 42% haben, dann muss Ihnen die GmbH ein Gehalt von 8620 Euro zahlen, damit nach Abzug der Steuern von 3620 Euro 5000 Euro netto für Ihren Urlaub übrig bleiben. Wenn Ihnen die GmbH den Urlaub aber als Sachbezug spendiert, dann kostet das die GmbH eben diese 5000 Euro für den Urlaub selbst zuzüglich Pauschalsteuer 30%, 1500 Euro. Die Gesamtkosten betragen dann 6500 Euro. Und wenn wir vergleichen, Aufwand ohne Steuertrick 8600 Euro, Aufwand mit Steuertrick 6500 Euro, dann sparen Sie durch diesen Steuertrick über 2100 Euro. Den Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer habe ich aus Vereinfachung außer Ansatz gelassen. Diese Annexsteuern erhöhen aber den Vorteil zusätzlich noch. Was müssen wir jetzt für diesen Steuertrick beachten? Wie schon genannt, die Aufwendungen für den Geschäftsführer müssen im Rahmen der angemessenen Gesamtausstattung liegen. Das sollte in der Praxis kein Problem sein. Zweitens, es muss ein Sachbezug vorliegen. Die GmbH darf Ihnen also nicht die Kosten der Reise nachträglich erstatten, sondern die GmbH muss Ihnen die Reise selbst zuwenden. Die GmbH bucht also die Reise oder aber wir arbeiten mit Gutscheinen. Drittens, die Reise, der Sachbezug, muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Eine Gehaltsumwandlung, eine Gehaltsreduzierung, ein Verzicht auf das Gehalt zugunsten der Reise ist ab dem Jahre 2020 aufgrund einer Gesetzesänderung nicht mehr möglich. Das heißt, die Reise muss tatsächlich zusätzlich gewährt werden. Viertens, bei Gesellschaftern-Geschäftsführer müssen Sie die ständige Rechtsprechung zur verdeckten Gewinnausschüttung beachten. Wegen des fehlenden Interessengegensatzes wird bei GmbH-Geschäftsführer die betriebliche Veranlassung indiziell verneint und eine VGA angenommen, wenn bei einer Leistungsbeziehung zwischen der Gesellschaft und dem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer keine klare und eindeutige, von vornherein abgeschlossene zivilrechtliche, wirksame Vereinbarung vorliegen. In einem Verfahren vor dem Finanzgericht Nürnberg hatte eine GmbH mit ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer vereinbart, dass die GmbH die anstehende Reise im August aufgrund besonderer Anstrengungen im Vorjahr und im laufenden Jahr übernimmt. Also nachträglich. Das ist absolut der Quatsch. Hier laufen wir ja sofort in das Rückwirkungsverbot. Ich weiß echt nicht, was der Beraterkollege gedacht hat, um bei dieser eindeutigen Frage noch vor das Finanzgericht zu ziehen. Ihre GmbH vereinbart natürlich schon im Dezember für das nächste Jahr, dass die GmbH Ihnen eine Reise gewährt. Fünftens. Die Pauschalierung ist bis zu einer Summe von 10.000 Euro möglich. Nun, wenn Sie dies alles beachten, dann können Sie also Ihre Urlaubsreise von der Steuer absetzen und sparen, wie in unserem Beispiel gesehen, über 2.100 Euro. Einzelunternehmer oder Gesellschafter von Personengesellschaften bekommen das leider nicht hin. Das liegt daran, dass Einzelunternehmer oder Gesellschafter von Personengesellschaften keine Angestellten sind und nicht selbstständige Einkünfte erzielen. Das ist systembedingt nicht möglich. Beim Einzelunternehmer und bei Personengesellschaften gilt das Transparenzprinzip. Bei der GmbH haben wir das Trennungsprinzip. Ab 2022 allerdings können Personengesellschaften wie Kapitalgesellschaften besteuert werden. Das macht eine Gesetzesänderung über das sogenannte Optionsmodell möglich. Einzelunternehmer oder Personengesellschafter, aber auch natürlich die GmbHs, können ihren Angestellten aber solche Reisen zuwenden. Angestellten sollten daher mit ihrem Arbeitgeber darüber sprechen. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Aufwendungen auf den Arbeitgeber abzuwälzen. Es geht darum, Steuern zu sparen und da lassen sich Möglichkeiten für eine Win-Win-Situation für beide finden. Natürlich können Sie auch angestellte Familienangehörigen solche Reise zuwenden und Betriebsausgaben geltend machen und Steuern sparen. Genauso selbstredend ist dieser Steuertrick natürlich nicht nur auf Urlaubsreisen beschränkt. Sie können also auch Ihren privaten Fernseher des Mitarbeiters so von der Steuer absetzen. Ja, weisen Sie Ihren Steuerberater auf mein Steuermodell hin, damit er zusammen mit Ihnen Ihren Urlaub zukünftig günstiger gestaltet. Und bleiben Sie hartnäckig, wenn er sagt, das ist nicht möglich. Da soll einer sagen, steuern Sie nicht spannend. Wir sind Steuerberatung mit 370 Grad und beraten mit Rundumsicht und mehr. Danke für Ihr Interesse, bis bald und auf Wiedersehen. Bis bald und auf Wiedersehen.